Keller betreten, na super. Das ist das Schönste. Wo ist der Keller? Und was mach ich da unten? Ähm, man soll mich töten. Super. Zombieschlacht. Ey, ich hab dich gekillt, haha. Oh mein Gott. Hochschiebbehälter finden, 1 von 5. Was? Steal den Hausmeister nach der Kamera fragen. Kannst du auch. Oh, find man den Hausmeister. Wo ist der Hausmeister? Find ich den erstmal. Äh, wer hat mich da erschossen? Was erschossen? Irgendwer hat mich da erschossen. Wie geht denn das? Weiß ich nicht. Wo ist die letzte Flasche? Du Flasche. Du Flasche. Wie komm ich denn bei der Kamera vorbei, was mich da erschossen hat? Du musst schnell ausweichen. Du musst schnell ausweichen. Du musst da die Seiten lang gehen. Ahhhh. Du darfst nicht gesehen werden vom Licht. Einmal gesehen im Motor. Ja, aber wo ist der Hausmeister? Den findest du später, wenn du da weiter vorankommst. Wenn du da dran kommst. Ja. 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 Äh. Ja... Der hat mich schon wieder erwischt. Du hast sich auch erwischen lassen. Dann gibts doch zu. Was? Du hast sich erwischen lassen. Wie muss er da hoffen? Aua. Gebeten, lass mich doch in Ruhe. Wie soll ich denn da reinhauen? Einmal schnell. Was heißt einmal schnell? Hm? Ich bin nicht etwa der Kamera. Du darfst halt im Licht nicht stehen. Du darfst in diesem Licht der Kamera nicht stehen. Du musst dem Licht ausweichen. Wenn du im Licht der Kamera stehst, bist du dann selbst das Schuldige. Wichtig. Oh! Lang nur. Langeen Mord. Ah! Komm her, Bloody! Bloody, komm her! Mach dich auf Blutleiche von der Stier! Was gefunden was? Weiß ich nicht! Kann ich nicht beantworten! Ich glaub sie, ich bin ein Pilz! So, wo komm ich denn jetzt her? Kann ich nicht beantworten! Äh... Da ist nur einer! Ich brauch noch drei! Und den! Na jetzt muss ich die Kameras montieren gehen oder was? Na, einer muss nur ausweichen! Was? Wenn du einen ausgewichen hast, dann hast du ihn gefunden! Es sind ja zweimal... Du musst zwei ausweichen, zwei Kameras! Ich muss montieren! Ich muss montieren! Kameras! Okay! Okay! Okidoki! Mach das mal! Was heißt mach das mal? Ja mach das mal! Fünf, sieben, fufzehn... Nee! Lohnt sich nicht! Hallo! Hallo! Mein Name ist Holujun! Ja! Ja! Wo bin ich jetzt? Welches Level bist du eigentlich unten? Unten links? Äh... Wo bin ich jetzt? Lass mich in Ruhe! Gibt's ja Ruhe! Nö, gibt's nicht! Äh... Wo ist das unten? Ah unten links! Ganz unten links! Da steht ein Level drauf! Hundert... Hundert... Ein zweites Massengrab finden! Äh... Nein! 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 Ich bin gleich tot! In Ruhe! Ich bin gleich tot! Sagt die Holo! Ich bin gleich herüb! Ich bin gleich herüb! Ich bin gleich herüb! Oh Gott! Ja, in Ruhe gelassen müsst ihr diesen Spiel nie! Außer du hast keine Gegner, ne! Sonst wirst du nie in Ruhe gelassen! Sonst wirst du nie in Ruhe gelassen! Sonst wirst du nie in Ruhe gelassen! Da ching, da ching, da ching! Da ching, da ching! Was denn? Was denn? No much estimate is... Ah, das ist downy 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 down... Hello my friend! So, und eine noch! Äh, Kamera am Baumstamm montieren! Mhm! 4 von 5! 5! 5! 5! 6! 5! 6! 4! 5! 5! 7! Das ist gut, aber meine Ohrchen, meine Ohrchen tut weh. Ah, Polizeistation, was? Computer, irgendwo mit dem Computer. Ja, du musst die Kameras aktivieren. Beim Computer. Beim Computer musst du die Kameras aktivieren. Ja, was mach ich da? Einfach, wenn du auf dem Computer drückst, sie aktiviert zweimal die Eins drücken. Eins, Enter, Eins, Enter. Eins, Enter. Mhm. Mehr ist es nicht. Ah, ah. Wow, cool. So. Und jetzt dazu machen. Jo. So, und jetzt da? Geh mal da auf die Seiten, weil Steuerung R nehmen. So wird den Tosch wieder gekriegt. Das weiß ich nicht. Eine Maschinenpistole. Die ist gut. Aber die ist auch nur für den Akam. Was mach ich mit dem? Kannst du den zweiten Slot setzen, da wo du deine Pistole hast. Aber die ist nicht wirklich sinnvoll. Also lass ich jetzt aber nicht mit dem Inventar, oder was? Du kannst sie auch als Verbesserung benutzen, deiner Hauptwaffe, die du ja schon hast. Kannst du mit, kannst du mit der verbessern. Und was mach ich mit dem Schild? Was Schild? Na, das ist komische andere, was ich da auf die Seite habe. Ja, du hast ne Primärwaffe und du hast ne Sekundärwaffe. Ja. Ja. Das kannst du das nicht ändern. Wurde schon maximal belastet. Jetzt kommen noch mehr Zombies. Was mach ich jetzt? Was machst du denn? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Wenn du auf Karte schaust, siehst du die... Nein, ich mein mit die Waffen. Dann kannst du die Waffen, die du schon ausgerüstet hast, damit verbessern. Du machst Maschinenpistole? Ja, die du ausrüsten willst, kannst du dann weiter verbessern. Noch weiter Informationen suchen. Aber was, wie meinst du das? Jetzt habe ich die Pistole auf hier. Mhm. Du machst die ganze Zeit schon. Hä? Du machst die ganze Zeit schon. Ja, aber ich hätte das gern anders. Die hat ja die Pistole auf Primär und die andere auf Sekundär. Geht nicht. Ja, leider. Ich weiß ja eh. Du kannst das Spiel nicht umschreiben. Warum nicht? Weil es nicht geht. Was, die Mission, die ist seit Elm Street, was? Will der von mir jetzt? Was will er denn? Bring das hier zum Treffpunkt und komm schnell wieder zurück. Hä? Bring das hier zum Treffpunkt und komm schnell zurück. Äh, was mach ich jetzt? Wird ihr wieder reden? Mission ansehen, oder was? Wir müssen zum nächsten Quest. Hör zu. Ja, welchen? Die wird ja auf der Karte auch angezeigt. Denk dran. Wenn du diesen Kreis verlässt, musst du vatern aufpassen. Du hast jede Menge von diesen Dingern im Kreuz und kein Voodoo, das dich schätzt. Aber du wolltest es ja so, stimmt's? Du solltest nicht bloß sauberes Leben, Flugblätter in der U-Bahn verteilen und misst Redlocks aus der Orientierung nachsehen. Wir sind die Vorboten der Veränderung, Junge. Die Propheten der Mutation. Die Propheten der Mutation. Aber nichts passiert, wenn wir nicht unseren Hintern bewegen. Rom wurde zwar nicht an einem Tag erbaut, aber bestimmt auch nicht von Schnarchchnasen, die bloß auf ihren faulen Erschen rumliegen und sich Gras reinfallen. Ah, Gäste. Falt, Gott. Verlegung, Faltung. Zusammenbruch, hä? Nein. Nicht später. Nicht, wenn jeder nach ist. Ooooooh. Was denn? Geblende. Jeder muss volle Kanne mitsehen, Junge. Ich kann da ein bisschen was freischalten. Naja. Setzt einmal nur die Punkte raus dafür. Was ist Verzerrung? Was ist das? Naja, das ist gut. Das gefällt mir. Oh, dann wurde er getötet. Aber was? Muss ich jetzt mit der Polizistin einmal reden, oder wie? Äh, du musst halt mit mehreren reden. Du musst mit mehreren reden. Verdammte Scheiße. Wenn du auf die Karte schaust, dann siehst du überall Quests auf der Karte. Wie verdammtes Espenlaut. Oh Scheiße. Das Paket. Es gibt überall Quests, die man machen kann. Auf der Karte verteilt. Ja, aber ich will nicht alleine machen. Musst du erstmal alleine machen. Weil die gleich alleine spielen können. Was? Die musst du erstmal alleine machen. Nein, mag ich nicht. Gib eine Ruhe. Dass du bei mir bist. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ist das? Ähm. Der Handicap. Soll ich nur die... Lauf doch nicht weg. Was muss ich da machen, wenn ich das annehme? Ich würde ja mit dir mitspielen, aber ich kann dich ja nicht finden. Als ob du noch im Tutorial bist. Mit denen kann ich nicht reden. Was machen wir mit ihm? Dialog, was? Was? Überlebende? Er lauft doch nicht mehr weg. Ah, okay. Da wird doch ein bisschen im Nacken. Keine Ahnung. Ich rede mit der Polizistin. Ich glaube, die hat eh nichts mehr für dich. Oh ja. Ab die Zeit läuft, was? Mhm. Bei dir bist du ja schon fertig. Ach so. Alles okay? Was? Ähm. Wo geh ich hin? Mit wem rede ich jetzt? Wenn du in der Karte schaust, siehst du ja solche mit... ...mit den Menschen... ...mit so ein... ...äh... ...wie soll ich das sagen? Solche Symbole, das sind ja auf der Karte. Apotheker. Mal zweitweg. Wo ist der Apotheker? Können wir mal schauen, wo ist der Apotheker? Überall, oder? Ja, gell? Können wir zum Apotheker mal, der war sympathisch. Den habe ich noch nicht gemacht. Äh. Mission, Polizei, Revier Elms, wie du is'n des? War Wahnsinn. Level up. Hä? Da muss ich mit den Domen reden. Jupp. Machst du. Äh, äh, äh. Okay, jetzt habe ich zwei... ...zwei Revolver. Ah na. Wie komme ich denn da jetzt wieder rein? Oder bist du beim Sheriff? Wo ist der Freund? Wann komme ich mal zum Sheriff zurück? Vielleicht sehe ich dich jetzt einmal. Hallo? Oder bist du auf einem anderen Server? Ich weiß es nicht, frag mich nicht. daddy, also in Andy muss ich abschließen. Aber den, den Namen hast du den gleichen genommen, oder? Und... Oh, bitte? Den Namen, den du mir in den Discord geschrieben hast, heißt er immer noch, oder? Nä. Was anders. Ich hab jetzt HOLO-J. Was, HOLO-J? Mit Name. Nein, den Spielernamen, wie der Spieler heißt. Der Nickname. Nenn nur den Spielernamen, bei mir heißt der Spielernamen, so, bei mir steht, wenn du bei mir am Ding schaust. Bei I? Mhm, bei I. Da oben steht das bei mir. Äh. 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 Ich hab mich den Hero Gamer 1994 genannt. Als Spielernamen. Ja. Das hab ich da oben stehen. Da war Kira halt auch groß geschrieben. Mhm. Mal probieren. Vielleicht funktioniert irgendwas. Weil er hat mir ja nichts anderes nehmen lassen. Hallo. Hallo. Ich muss das annehmen von den Polizisten. In Gruppe einladen. In Gruppe einladen. Ja. Jetzt bist du bei mir. Ja. 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 Warte ein bisschen. Ja. Du bist jetzt am Laden. Ja. Jetzt bin ich da. Ich zeig, äh mich zeig, äh ich seh dich. Da links. Ja. Du seh mich ja auch. Natürlich. Ich seh dich auch. Aber. Ich seh dich auch. Ich seh dich auch auf der Karte. Nee. Wo bist du? Du bist beim Sheriff. Ja, wo bist du? Ah, da. Ich lauf gerade hin. Ja, ich muss die Mission machen. Kannst du ja auch. Von den Ahnen, die dingst du da. Muss ich annehmen. Was will der von mir? Was will der denn? Ja, der ist aber lieb. Hm? Der ist aber süß, der Sheriff. Okay, ich hab da was zum Trinken. Ich hab nämlich einen Tee gemacht. Oh. Hm. Der ist gut. Ich bin gerade unterwegs zu dir. Nee, die Maspission zeigt er mir eh. Die gefrästige Horde rund um das Büro des Sheriffstühls. Ja. Schauen wir mal. Stellung. Freunde. Oh. Oh. Wo ist die Gefriesegebäude? Oh, oh. Oh, oh. Wahrscheinlich da draußen, oder wie? Oh, oh. Oh, oh. ich bei dir. Hallo Zombie. Du bist wo? Da draußen. Hallo. Hallo. In der Tür. Hallo. Interaktionsmenü, reden wir mal miteinander. Äh, nein, brauchen wir eigentlich nicht, oder? Ich rede nicht so. Äh, ich muss Zombies töten. Ja, welche? Eine Horde. Nein, aber es muss dir eigentlich angezeigt werden. Was? Es muss dir angezeigt werden. Äh, da zeigt es mir irgendwas an. Rot. Äh, zeigt es mir nichts. Sorry. Ich weiß nicht. Weil ich seh das nicht. Das ist nur du. Ja, aber das zeigt, äh, da drinnen. Bei wem hast du das angenommen? Äh, bei dem da oben. Ja, die habe ich ja schon erledigt. Deswegen wird es bei mir auch nicht angezeigt. Und die beiden schon erledigt. Bei ihm da. Ja, habe ich schon. Aber es muss hier draußen sein. Wird durchgeführt. Aber welcher Seite warst du denn? Wo ist der rote Punkt bei dir? Äh, muss ich suchen? Weiß ich nicht. Äh, das wird immer alles mit dem roten Punkt gekennzeichnet. Auf der Karte. Also auf der Karte? Naja. Da hinten. Äh, falsch. Äh, äh. Da drinnen. Ah. Hier. Das ist erledigt. Nein, vier sind das erst. Dann darf ich die nicht gehen. Dann musst du warten, bis sie nachspawn. Das sind noch welche. Der Kreis ist eh größer. Das sind noch welche. Das sind noch zwei Stück. Drei Stück. Ja. Erledigt? Zur nördlichen Barrikade gehen. Musst du in die andere Richtung. Wahrscheinlich. Äh. Ich sehe das sogar, wie die hierherlaufen. Hilfst du mal, ne? Ich sehe das nicht. Ich kann dir, ich kann dir bloß helfen. Warum hast du Pistolen in der Hand? Äh, mit Rechtsklick. Was? Mit Rechtsklick. Komm, wir verliehen in die nördliche Barrikade. Ich kann uns mit Linksklick die Waffen nehmen und mit Rechtsklick die Waffen. Das hier ist primär, das hier ist sekundär. Es gibt noch mehr Ärger. Ja. Die nächste Barrikade gehen. Und wenn du X drückst, bist du schneller. Bitte was? Wenn du X drückst, bist du schneller. Äh. Äh, wo bist du jetzt? Ich weiß es nicht. Du hast die Markierung. Hier, gehst du bitte vom Tisch runter, danke. Niemals. Die südlichen Barrikade. Wofür schließt du mit die Waffen? Äh, nur mit Rechtsklick. Ich darf drücken. Was? Nur mit Rechtsklick. Ich drück nur die rechte Maustaste. Ah. Wenn ich links hab, dann hab ich praktisch... Die Magier-Sachen. Also die Nahkampf-Sachen. Für wieder IPFP. Naja. Was? Die Quelle der Angriffe auf das Büro des Sheriffs finden. Weil wenn du eindrückst, dann siehst du auch die Sachen, die du verbessern kannst. Den Sachen. Gleich. Ich muss da mal weitermachen. Ich lauf den daher. Bist du nicht gut? Was? Bist du nicht gut? Und hier vorne muss es sein. Hm, 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 hm. Genau, hier vorne ist er. Und die musst du als erstes angreifen. Sonst zählt es nicht. Und da unten. Was? Und? Was hat sich fest? Cool. Warte, ich hab da Mission. Bei mir sind ja alle One-Shot. Ich bin ja schon Level 11. Warte mal STRG R.